Ja, da haben wir doch was. Hier ist einer mit einer Jacke. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ärmel zum Pullover gehören oder an dieser Jacke befestigt sind. Das kann ich jetzt nicht sehen. Aber eins ist richtig klasse. Dieser junge Mann, der kann so viele Sachen in diese Taschen packen. Das Handy, das Geld, Tüdelkram, Werkzeug. Da fragt man sich, ob das vielleicht auch von so einer Arbeitsjacke abgeguckt ist, diese Idee, das so zu schneidern. Okay, und der sieht ja auch so aus, als ob er gleich anfangen wollte zu arbeiten.